Es gibt manche Geschichten, die nicht erzählt werden müssen. Andere Geschichten wurden wiederum so oft erzählt, dass ihre wahre Bedeutung schon lange vergessen ist. Das ist Disciple. Mein Name ist Jakob Kranz. Der derzeitige Status von Operationen. Gott ist tot und gestaltet sich vor uns. Aber, glaube mir, diese Geschichte hier wird Dich in den Bann ziehen.